Uhuhi, wieder beim Koali und zu einer neuen Runde. Baldes geht. So, sind wir drin. Speichern. Oh, schnell hier aus dem Sichtfeld raus. So. Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich hier. Trau mich nicht gleich wieder in so eine Falletappe hier. Aber was haben wir denn hier noch alles rumliegen? Wir haben hier auf jeden Fall so schon mal 22 Gold. Und ein Messingmedaillon. Das können wir schon mal nehmen. Öllampe, ein Rucksack. Ich mach's spannend, ne? Nutesack. Notizen einer Wahrsagerin. Gold. Komm ich nicht dran. Hut mit Krempe. Uninteressant. Bücher rein. Ne. Holztisch. Nix tolles drin. So, dann. Uh. Super seltene Handschuhe. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, wie komme ich hier wieder raus, ohne dass mich jemand sieht. Nicht wahr? Schon mal noch hier drüben schleichen. Fünf machen. Bis hierhin hat alles super geklappt. Wolf, geh weg. Hier gibt's nix zu sehen. Ja. Prima. So. Also, ich weiß ja nicht, was ihr hier so macht, aber ich bin hier so ganz entspannt und so. Wer ist das denn? Wer auch immer der Flaming Fist ist. Aber ja. Jetzt wieder hoch. Aha, 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 aha. So, und hier waren wir ja schon gewesen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was wir da gekriegt haben. Erstmal das Buch. Hier das Kapitel, das beschreibt, ein Fall aus Karriere der Wahrsagerin. Adlige. Okay. Oh ja. So, und wir haben hier sehr seltene Handschuhe. Aura des Dämonengeists. Die beschworene Kreatur des Trägers hat Resistenz gegen alle Schadensarten außer psychischen Schaden. Zu Beginn des Zuges der beschworenen Kreatur muss diese einen Rettungswurf gegen Weisheit bestehen oder wird wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Aber nachher kämpft ihr ja gegen mich. Andererseits ist das sehr gut, wenn man Beschwörer hat, ne? Hm. Gegen Weisheit. Gegen Weisheit. Weisheit 12. Hat eh schon ziemlich viel Resistenz, ne? Aber nicht alle. So, wo ist denn der Brem hier? Guck mal hier, Brem. Wir geben dir jetzt das ganze Geld wieder, was wir da geklaut haben. Ähm, ich möchte erst mal hier Will reden lassen. Der ist nämlich besser in allem, was Reden angeht. Wo ist denn der Brem jetzt schon wieder? Hier, da. So, ich will den Gefangenen kaufen. Zack. Bin ich nicht gut, ich klau den Geld und geb ihm das direkt wieder zurück. Jetzt schon. Ah ja. Sagt mir nix. Noch nie von euch gehört. Ah. Vor allem weiß ich es von ihm. Und Lady Janith still wishes to marry me after our little, um, falling out. You recall a recent scandal. A patriarch of Baldur's Gate who wished to marry a commoner. Hmm, was ist passiert? She offered me a future. And so, in a fit of madness, I told her of my past. Of the woman I loved before she found me. Love still. And truth. She was less than pleased. I made a timely retreat into the countryside, to paint and clear my head. To choose, I suppose. Ah ja. Schreckliches Dilemma. Und we have your reward to consider. Once I have made my way safely back to the city. Say, you, I don't suppose you could spare some coin, could you? Ich kann euch nix geben. Ja, ich hab nicht so viel, ne? Ich hab genug Geld an euch verschwendet. Kann euch nix geben. Ich hätte dir Getränke, die ich dir geben können. So, wollen wir mal speichern? Ich weiß nicht, sollen wir dem die Handschuhe jetzt wieder zurückverkaufen? Hier, Brem. Ich find die nicht so cool. Natürlich. Ich hab ein interessanter Stock für ein Freund der Familie. So, wir könnten ihm die jetzt hier einfach... Oh, das Medaillon auch. Haha. Leicht angelaufen. Fingerschnippen. Zu öffnen. Untersuchen. Ich tu das mal hier zur... Ah, ne. Jetzt kann ich's nicht. Okay. Ähm. Auf. Nimm das. Und... Ähm. Den Becher und die Flasche. Ja. Hm. Will ich ihm die verticken oder will ich ihm die nicht verticken? Schwierig, ne? Ja. Ah, das mit dem wahnsinnig... Ich mein, aber vielleicht kriegen wir irgendwann noch mal Summons, die eine hohe... Noch eine höhere Weisheit haben, ne? Also... Also... Nee... Nee... Vielleicht erst mal nicht. Vielleicht erst mal nicht. So, und hier haben wir jetzt... 206 Gold. Schriftrolle vergrößern. So, und wir haben hier noch den Bogen, der noch cool ist, den ich gern hätte. Also müssen wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Schriftrolle vergrößern. So, und wir haben hier noch einen Hiebschlamm, wenn der Träger Schaden erleidet. Geschicklichkeitsrettungswurf oder ist schockiert. Schock, schock, schwere Not. Aber schlechtere Rüstungsklasse. Hm. Ah ja, hier war ich ja schon überall. So, hier geht's jetzt noch irgendwo hin. Können wir mal eine Map nochmal gucken. Reise zum Goblinlager. Ja, das müssen wir auch ziemlich fix nochmal machen. Hier waren wir drin in den beiden Dingern. Ups. Ne. Äh. Ich würde sagen, dann gehen wir wieder raus. Auf die Stiegstraße. So, Will, hast du gut gemacht. Als, äh, Anführer in Spee. Hier draußen ist der Koali wieder am Start hier. Mit seiner Hammer. So, und, ähm. Auch jetzt gucken wir nochmal auf die Map. Hier müssen wir zum Goblinlager und hier müssen wir noch in einen Tempel. Oh. Klippen am Straßenrand. Das auch hier sind wir runtergekommen. In den Hain waren wir gerade. Alle Sachen verkaufen. Also, einmal hier runter. Was wir auch noch machen können. Was wir auch noch machen können. Ist hier runtergehen. Ist das die richtige Richtung? Nein, ist sie natürlich nicht. Ich denke, ich habe alles gesehen. Hier müssen wir raus. Hallo, Goblin-Krieger. Ah ja. Seid ihr bereit zu sterben? Mit Schwierigkeitsgrad 10. Ich nehme mal einen Bonus dazu, sonst wird es peinlich. BAMS! Schleich dich! Ah ja. Darauf würde ich jetzt nicht, äh, wetten. An deiner Stelle, mein lieber Freund. So. Das ist eigentlich hier mit unserer... Ja, wir sind schon auf einem guten Weg zur Hälfte des neuen Stuhl. Einen reden, irgendwie, ja? Das muss gut sein werden. Wir haben aber... Wir haben aber eine Kiste gestolpert hier. Mit Gold und ganz viel schweren Zeug drin. Lecker, lecker. Mh, Meermut. Schneuich, neumme. Hallo. Hallo. Was ist hier los? Wir haben sie gesehen, und wir haben sie gesehen, seitdem wir sie gesehen haben. Hand over heart, ich weiß nicht ihre Frau. Ich werde glücklich helfen, dass ihr siehst. Enough! Wo ist sie? Bollocks! Sie müssen mich auf meine Befense zurückkommen. Du bist ein Schmerz. Einfaches Wissen? Wenn du meine Tür schlussst, musst du die Hände auf die Befüge und eine Apolose auf die Befüge. Bis zum nächsten Mal. Was geht denen jetzt hier eigentlich vor? Die nächste Woche ist sie zu schauen, die Hagen zu tun. All die verrückte Dinge zu tun. Und wir haben sie noch nie gesehen. Und keine Ahnung von einer Hagen zu tun. Das ist nichts, okay? Wir müssen sie zurück, und schnell! Sie sind schrecklich? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Keine Ahnung, ich lasse Rina zu dir. Aber, Joel... Keine Ahnung. Wir haben sie zurück. Wir müssen uns selbst machen. Now, komm! Bist du mein Weg? Best be on my way. A chill runs up your spine. You feel like you're being watched. The place has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. ... So? ... ... ... ... Das ist ein Traum. Oh! Okay. I wonder what the next move is. What to do? Time to press ahead. I wonder what the next move is. 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 Nothing important is ever easy. Now this will hurt. I wonder what the next move is. 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 What do I think? I wonder what the next move is. I wonder what the next move is. I wonder what the next move is. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Naja, aber ihr habt ja zumindest gesehen, was ich gemacht habe. Ich hoffe, ich hatte es nicht seit Beginn der Folge. Da wären 27 Minuten. Ich weiß es echt nicht mehr. So, äh, du... So, äh, du... Der regeneriert, ne? Ja, jetzt regeneriert er nicht mehr. So, hoffe ich, es mal ist. Hm. Ham. Sehr gut. So, er kann... Was machen wir denn hier? Auf... Weisheit vielleicht? Ah, du bist echt schon mal besser gewesen, Will. So, die kommen aber jetzt gleich hier alle rüber. Ähm... Waffe ist noch in Feuer getaucht. Zwei verbliebene Züge. Ähm... Waserei? Und dann... Gib ihm... Iiii... Iiii... So, sie ist wieder dran. Ähm... Brauchen wir gerade... Wir brauchen gerade keine Heilung. Aber wir können ja mal... Schießen. Nachteil, weil ich im Matschig bin. Ich glaube, wenn ich da rausgehe. Okay, ich komme nicht raus. Kritischer Fehlschlag. So. Fehlschlag. Läuft. Okay. Ähm... Zweimal Fehlschlag. Kritischer Fehlschlag. Kritischer Fehlschlag. Eieieiei, das geht aber jetzt auch hier echt. So, der war nötig, glaube ich. Schwung, wenn wir da machen. Fehlschlag. Fehlschlag. Let's go. So, trotzdem... ...und ein rasender Hieb hinterher. Fehlschlag. So ist es natürlich ungut, wenn man ständig daneben haut. Fehlschlag. Hehehe. Nur einen Schaden. Das läuft. Fehlschlag. Fehlschlag. Ah gut, der Gegner haut auch daneben. Dann ist es okay. So. Äh... Fehlschlag. Krit. Autsch. So, da ist wieder eine weg. Trinken. Hm. Erstmal hier so ein Ding trinken. Zweimal Fehlschlag. Ungut. 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 Ähm... Wieder ein Fehlschlag. Eieieiei. Also wirklich... Wir sind auch im Nachteil. Gut. Irgendwas ist ja immer, ne? So. Acht Schaden. Ja, der ernährt sich mühsig hier. Alle verstrickt auch noch hier. Aber gut, die wollten sich eh nicht groß bewegen. So, wir brauchen aber jetzt hier, ähm... Erstmal ein heilendes Wort für Astarion. No time for pain. Ah, sie ist verstrickt. Okay, erlieb nicht. Dann schmeißen wir einen Heiltrank auf ihn. Hey, schmeiß einen Heiltrank auf ihn. Kannst du nicht. So, sie hat Blitzladung bekommen. Astarion ist tot. Geil. Kritt. So, das Teufelchen. Fehlschlag. Back. Also, ne, Moment, stopp. Der muss was anderes machen. Der muss Astarion helfen. So. Kann jetzt leider nichts attackieren dadurch. Er ist noch dran. Können wir einmal zuschlagen. Ja. Ein Schaden. Yeah. So. Dann haben wir hier die Möglichkeit, ihn vielleicht zu töten. Ja. Läuft. Uh. Uh. Fancy. Loot. Würde ich mal sagen. So. So. Du. Heilst Astarion. Bitte zweimal. Gut. Gut, gut, gut. Krit. Aua. So. So, Astarion. Kriegst du das hier hin? Ja, kriegst du. Sehr schön. Und kriegst du es auch hin, hier noch den Mephri zu töten? Ja, nicht ganz. Aber ein bisschen. Sehr gut. Langsam, aber sicher. So, du. Wir sind im Nachteil, ne? Mit dem Zauber bin ich trotzdem... Fehlschlag. Fehlschlag. Ja. Der hat jetzt noch einen Lebenspunkt. Ich komme. Ich helfe. Fehlschlag. So. Ach, ja, ja, ja. Der explodiert ja. Da war ja was. Da war ja was. Da war ja was. So. Ja. Gut. War ein cooler Kampf. Und dann können wir jetzt ja mal gucken. Ein Loot war ja schon geil. Was haben wir hier noch alles? Drehte Ast. Und Holzrinde. Ich nehme die auch tolle Sachen mit. Die haben... Flügel, die man löten kann. Da ist das denn. So, und den hatte ich ja schon gelootet, ne? So, was habe ich jetzt hier für ein tolles Schild bekommen? Das Schild macht fesselnder Schlag der Wald weit. Dein Angriff beschwört Dornenranken, die dein Ziel möglicherweise fesseln. Also, das können wir zaubern. Und das Ganze gibt plus zwei Rüstungsklasse. Geben wir das ihr oder geben wir das ihm? Also, er hat... Also, er hat... Hm. Und das Reichweite? Nahkampf. Hm. Beide wollen nicht so gerne Nahkampf. So, sie hat jetzt hier schon... Rettungswürfe plus eins. Ah, komm, dann geben wir ihm das. Sieht ein bisschen nörgelmäßig aus mit den drei Punkten hier. Ja, 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 ja. So, und dann haben wir hier... Äste. Die als Knüppel zählen, hm? Aber die werde ich jetzt nicht verwenden, glaube ich. Nee. Nee, 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 nee. So, was haben wir noch drin? Eine Vase. Nix drin. Nix drin. Und eine Holztruhe. Hm. Funkelhände. Bei einem Treffer durch einen waffenlosen Angriff erhält der Träger zwei... Waffenlose Angriff? Wer macht denn sowas? Mönche. Aber ja, da sind wir nicht. Effektiver Leiter, wenn mit Blitzlasung versehen sind Angriffe auf Konstrukte aus Metall ein Vorteil. Und ein bisschen Gold. So. Gab schon mal schlimmere Loot, ne? Ja, hier ist noch eine Vase. Was ging hier? Kann ich seine Rüstung wieder anlegen? So, wo habe ich denn jetzt hier vor ihm? Er hat doch jetzt hier da die... Diesen neuen... Der müsste doch irgendwo jetzt den Zauber auch haben, oder? Allgemein. Da ist er zu. Da ist es, ne? Da ist es, ne? Fesseln wir schlagen. Sonst noch irgendwo was hier, was wir nicht gesehen haben. Dann ist es noch eine Vase. Dann ist es noch eine Vase. Nö. Also, das ist ein Ja. Das war's. Da ist es.